Deutschbon – Gutschein für einen Deutschkurs Die Stadt Bern hilft Menschen in Bern Deutsch zu lernen. Deshalb verschenkt die Stadt Bern 600 Gutscheine für Deutschkurse. Jeder Gutschein ist 400 Franken wert. Sie können den Gutschein in 12 Deutschschulen in Bern benutzen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.bern.ch-deutschbon Untertitelung des ZDF, 2020